Ja, meine lieben Osterfreunde und damit herzlich willkommen zu zwei weiteren Unboxings heute. Ich habe hier einmal das hier und mit dem fangen wir auch an. Jetzt haben wir ein Bundle, hier ist die Rechnung, die interessiert euch jetzt eher nicht und zwar von Helles, Eisel of Wisdom, 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 wie es heißt. Und das ist, was sind es denn, was ist die Richtung, so ein bisschen Metal mäßig, kann man es beschreiben, also Mittelalter mäßig in die Richtung, aber ja, sieht jetzt auch die CD aus, von hinten in meine Videobange. Dann haben wir hier die CD und das Booklet mit Songtexten sogar. Ein paar Bilder dazu, mache ich jetzt hier nicht mehr. Äh, was sind hier hinten? Ähm, die Mitglieder hier noch, welches Instrument spielt und singt und so. Und halt noch so, die wir mitgewählt haben, Meistering und so. Und zu guter Letzt ein Tischlacht in der Coselle. Dann haben wir nichts bedruckt, aber vorne, Helles, Eisel of Wisdom. Steht hier, schön drauf. Ja, meine lieben Freunde, das war schon mal mit dem ersten Anpassing. Das wird gleich das zweite, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.